ja moin zusammen herzlich willkommen zum grünen salon das ist ein neues format das wir jetzt in loser abfolge hin und wieder mit interessanten gästen durchführen und heute habe ich hier bei mir tore debor den geschäftsführer des club kombinats herzlich willkommen toren toll dass du dabei bist wir duzen uns wir kennen uns auch schon ein bisschen länger aus lüneburg glaube ich sogar oder ja ja das ist auch meine erinnerung tore hat in lüneburg studiert und ich habe da gearbeitet an der leuphana universität sag mal kurz was du da gemacht hast genau das war die zeit des lunatic festivals was ich nicht leben und glaube einer deiner ersten jobs war es uns den preis zu übergeben von dem jimmy carter richtig ja das war auch für mich damals aufregend jimmy carter in lüneburg an der leuphana begrüßen zu dürfen zur semestereröffnung die ich damals für die 1500 erstsemester studierenden vorbereitet habe es war großartig genau und da hatten wir da hatten wir dann miteinander zu tun du hast da kulturwissenschaften studiert und dann hat es dich gleich in die clubszene verschlagen oder ja sogar noch in lüneburger zeiten mit gründung einer bar die in der nähe vom rathaus gelegen und gleich mal die live musik untersagt wurde von amts wegen hat mich dann mit diesen themen schon mal gleich beschäftigt und dann war der erste richtige job nach dem studium dann in hammerbrook ein 2000er musikclub klubsen genau menschen ist gut ich habe ein bisschen hilfe auch hier aber ich erinnere mich tatsächlich auch noch daran dass wir damals darüber gesprochen haben und jetzt club kombinat dazu sprechen wir gleich aber zum aufwärmen habe ich ein kleines spiel mitgebracht ja ich hoffe dass das das klappt was spielen wir spielen wir wir spielen wichtige und bedeutende frauen der geschichte einordnen und erkennen zieh mal eine karte wir probieren es einfach mal einfach aus dem stapel eine karte rausziehen frohes scheitern ist das gute motto für heute hatte mal ich ziehe auch eine so du musst mir jetzt gleich eine frage vorlesen die auf der rückseite steht und ich versuche sie zu beantworten und dann lese ich dir eine vor und du darfst sie beantworten zeigt doch einmal die karte ganz kurz in die kamera soll ich starten damit zeig mir mal kurz die karte ist das josephine baker ja du bist ja schon jetzt ganz vorne dabei ja dann muss ich die frage gleich gar nicht richtig beantworten ich habe schon so beeindruckt dann leg mal los soll ich mal josephine baker hatte ihre ganz eigene art gegen den rassismus rassismus in den usa zu protestieren was tat sie sie ließ sich nackt an einen pfahl binden b sie adoptierte zwölf unterschied zwölf kinder unterschiedlicher hautfarben c sie bewarf den präsidenten mit bananen oder d sie bemalte sich bei auftritten in bunten farben von dem was ich über sie weiß traue ich ihr alles zu ich finde am packensten oder am bewegendsten nummer b dass sie zwölf kinder unterschiedlicher hautfarbe adoptiert hat und damit hast du stimmt das 100 punkte erreicht gut wir spielen das spiel weiter bis unsere zeit aufgebraucht ist nein ich stelle dir jetzt eine frage und dann dann reden wir ja ja das ist nicht so doch vielleicht hier kann man so ein bisschen was erkennen um hast du irgendwie eine vorstellung wer das sein könnte also es ist die mutter des grundgesetzes gab ja viele väter aber es gab ja auch einige frauen die sich damals stark gemacht haben vor allem für einen bestimmten satz und welchen davon hat elisabeth selber für das deutsche grundgesetz durchgesetzt die würde des menschen ist unantastbar alle menschen sind vor dem gesetz gleich männer und frauen sind gleichberechtigt und die männer und frauen haben die gleichen rechte und pflichten wahrscheinlich alle vier von ihr seien würde ich sagen vielleicht dann doch zu der zeit noch die drei perfekt männer und frauen sind gleichberechtigt 2019 war ja 70 jahre grundgesetz da gab es auch einige tolle filme und dokumentation und da spielte auch elisabeth selber immer eine große rolle nicht persönlich aber aber nachgespielt und das muss eine wahnsinnig beeindruckende frau gewesen sein und die hat hart gerungen um diesen satz artikel 3 überhaupt ins grundgesetz zu kriegen das war bis zum schluss nicht klar ob der teil des grundgesetzes werden würde oder nicht und das hat sie geschafft tolle frauen die wir herausgezogen haben genau wir sprechen über clubs und das club kombinat und wir sprechen über die club szene die club landschaft in hamburg ich kann mich ehrlicherweise gar nicht erinnern wann ich das letzte mal der nacht durch getanzt habe und dann völlig verkatert den nächsten tag zugebracht habe ich meine zwillinge sind jetzt ein jahr und zwei monate da ist er sagt ein highlight zu hause so gegen drei oder vier aber erzählt doch mal ein bisschen was zum club kombinat was ihr so macht warum es euch gibt und warum man euch zuhören sollte wenn es um clubs in hamburg gibt geht geht ja das club kombinat gibt es jetzt schon über 15 jahre 2004 gegründet so als zusammenschluss der hamburger live musikspielstätten und kulturereignisschaffenden und da sind wir einfach als sprachrohr netzwerk interessensvertretung vielfältig unterwegs haben eine geschäftsstelle am ehrenamtlich tätigen vorstand die mitglieder wählen alle zwei jahre das ist alles schön da ist es auch amtlich bist du da ist der hauptamtliche eigentlich ich bin der wir haben also ich mache es vollzeit ja und bin damit einer der wenigen bundesweit die sich sozusagen tagtäglich hauptberuflich mit clubkultur beschäftigend für wohl eigentlich oder für mich ist es jeden tag immer wieder ein glücksgefühl dahin zu gehen das war der klassiker das hobby zum beruf oder die leidenschaft wirklich zum beruf kann man kann man so sagen ja doch auf jeden fall und wir haben eine geschäftsstelle da gibt es noch habe ich noch sechs weitere mitarbeiterinnen inzwischen ja und wir versuchen die themen die die clubs oder der vorstand hauptsächlich natürlich auf parkett bringt und dann auch die mitglieder beschäftigen zu behandeln dass das dann ja auch uns die politik zu adressieren genau ihr seid einer unserer adressaten die wir die wir ansprechen können und das glaube ich auch der politik dann leicht machen mit einem ansprechpartner dieses ganze thema was sehr vielfältig ist weil hamburg lebt also eine kultur auf jeden fall mit der vielfalt wir haben keine andere deutsche stadt in deutschland hat so viele kleine musikbühnen ja ich weiß das gar nicht und wie viele clubs gibt es denn eigentlich in hamburg kann man das überhaupt sagen also ich traue mich nicht eine zahl zu nehmen weil auch ich lerne immer wieder neue orte kennen und das ist das verrückte das muss man sich erst mal auf der zunge zergehen lassen in einer stadt wie hamburg dass wir es einfach nicht erfassen können wir versuchen das flächenstaat kann man das vielleicht noch nachvollziehen aber stadtstaat und dann auch mit dem wunsch alles festzuhalten und statistiken zu fassen wir haben also im club kombinat sind 184 mitglieder gerade das sind nicht alles musikspielstätten wir haben ungefähr 114 musikspielstätten wir versuchen ja gerade mit dem club kataster das noch tiefer gehend zu erfassen wir schätzen dass wir so um die 250 spielstätten haben das heißt dass dort regelmäßig live musikprogramm stattfindet und künstlerinnen und künstler auftreten können aber nagelt mich oder nagel mich nicht auf die die dann immer menschen temporär kommen und sagen wir nutzen jetzt diesen ort auch mal als spielstätte sind das sowie wie habe ich mir das vorzustellen wie ein pop-up-store kenne ich gibt es auch ein pop-up club zum zum beispiel an einem wochenende spielt und dann ist das wochenende wieder was andere stattfindet es gibt ja durchaus den trend vermerke ich also ich mache den job jetzt seit oder bin jetzt im achten jahr und merkt schon auch eine tendenz hin dass ja dass diese die präsentation von live musik auch regelmäßig nicht nur jetzt direkt der klassische musikclub dann ist dann auch mal der buchshop der anfängt ich will jetzt regelmäßig live konzerte machen es ist der der möbelstore der der anfängt ich will künstlerinnen künstler hier wirklich regelmäßig eine bühne bieten und sobald sie diese zwei konzerte pro monat erreichen werden wir sie als musikspielstätte das ist vielleicht für man kann nicht sagen wir haben genauso und so viele clubs und die stehen alle hier aufgelistet mit adresse sondern das macht es ja dann auch spannend wenn das so flexibel ist ihr hattet gerade den zehnten club award ja ich war auch kurz da ich war kurz da und habe es mir angeguckt es war bunt es war laut und ich kam gerade als wer ist denn gefeiert worden sind diejenigen gefeiert worden mit ihrem nachhaltigen und fairen ticketsystem und ich war bei dem green award da ist das richtig war das der green award hieß der so oder nachhaltigkeits- wir nennen green club oder green festival award das ist richtig und vorher war noch unsere fertig checkübergabe richtig genau da war ich gerade da ein solidarisches signal eines klub eigenen ticketings wo wir für unsere klubstiftung ja zusammen mit der stadt gegründet haben halt spendengelder akquirieren und das green club green festival thema bearbeiten wir jetzt innerhalb des awards seit zwei jahren wo wir schon gemerkt haben dass unsere mitglieder sich mit dem thema zukunftsfähiges veranstalten wie geht das überhaupt ja auch da haben wir pionierinnen pioniere identifiziert und die wollen wir da einmal im jahr ins lampenricht stellen ins scheinwerferlicht stellen um auch zu zeigen in dem bereich sind unsere mitglieder aktiv und wollen natürlich auch anregungen geben es gab jedenfalls super viel applaus ich kam rein und sie wurden frenetisch frenetisch gefeiert die festivals die ausgezeichnet wurden genau im zwei festival dieses jahr futur 2 und das swamp festival in mohrburg genau prima ich habe gerade gesagt zehn jahre club award euch gibt es seit 15 jahren hast ja eben auch noch mal erzählt wie du dazu gekommen bist wenn du so zwei drei sätze zurückblickst und dann aber sagst was stellst du dir eigentlich für die nächsten 15 jahre vor und für die clubszene mal so rumgesponnen wie sieht es hier 20 35 aus ja ich hoffe zum einen immer noch diese wahnsinnige fast kaum erfassbare vielfalt also und da dass das zu erhalten ist auf jeden fall erstmal ein stetiger stetige herausforderungen weil die rahmenbedingungen sich einfach verschärfen nur ein paar stichwörter die verdichtende stadt ist natürlich für den einen wohl für den anderen leid also wir haben eher darunter zu leiden so und das wird ja eher nicht weniger als zu verdrängungen kommt und mieten nicht mehr bezahlbar sind oder was ist da der grund wie bei die wohnungsmieten haben wir nun auch die steigerung bei den gewerbemieten aber auch einfach die die heranrückende wohnbebauung der nachbar der dann plötzlich da ist und dann gibt es eine beschwerde natürlich dann die die lebendigkeit gar nicht mal unbedingt die musik aber die die menschen die kommen und gehen sind natürlich dann ein faktor die für manchen stören sind also das erstmal zu halten ist ist eine wahnsinnige herausforderung und dann natürlich haben wir irgendwie visionen und ziele eine sache ist durch diesen tollen zusammenhalt den wir in hamburg einfach haben das ist bundesweit wirklich was was ganz besonderes siehst du auch bei so einem club award wurde die ganze club familie mal einmal in einem club und sich untereinander preise zu zuschustert oder vergibt das muss man ehrlich mit freuen das war zumindest mein eindruck man steht ja auch in konkurrenz zueinander aber ich hatte das gefühl dass das ehrliche freude darüber über wir wollen eine idee nachhaltigkeit als auch fair miteinander umgehen und frage wer ist oder trendsetter und so das war ganz ganz schön zu sehen ja in der kurzen zeit aber da waren die vibes ich habe gedacht dass das passt also ein so ein so ein zukunftsprojekt was wir total gerne machen würden wo wir auch echt schon lange suchen ist halt so eine open air fläche gerade im sommer haben wir halt extreme schwierigkeiten ein publikum in die clubs zu kriegen deswegen wollen wir eigentlich eine gemeinschaftsfläche haben ich sag immer die 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 urbane fusion weiß nicht ob dir die fusion was sagt ganz viele hamburger fahren fahren im sommer nach richtung neustrelitz und schwer ticket zu kriegen und sowas könnten wir also was könnten wir eigentlich jeden sommer in hamburg machen also die clubs stehen bereit wir brauchen noch die passende fläche und die zu finden in der verdichtenden stadt ist für uns gerade eine herausforderung wenn wir das ja das ist doch schon mal ein großer appell sowohl an mich an uns aber auch an die da draußen vielleicht gibt es da ja gleichen vorschlag dann ja das wäre was und ich glaube das hätte tatsächlich so eine auch nur so eine leuchtturm wirkung die die auch über hamburg hinaus strahlt wenn wir wenn wir so ein ort der von hamburger clubs und und veranstalterinnen ja regelmäßig bespielt wird dass das könnte richtig wirken super und dann natürlich weiter solche instrumente wie wir sie haben mit club stiftung dass wir vielleicht irgendwann anfangen auch grundstücke selber selber zu in diese stiftung zu geben weil das ist ein großes problem bei clubs 95 prozent gehören sich nicht selber sondern sind in abhängigen mietverhältnissen und dass wir das wird zugriff auf die grundstücke bekommen dass wir grundstücke mit clubs absichern können dass sie gegen verdrängung sozusagen und dann häufig auch profit maximierungs wünschen seitens von investoren einfach absichern können dass wir das wäre noch so ein nächster schritt an dem wir ja die instrumente eigentlich schon haben wie club stiftung wir müssen anfangen die die ersten grundstücke da mal rein zu schieben das ist ja ein bisschen der blick in die zukunft gewesen einmal zurück ins hier und jetzt kommen du klingst ganz fröhlich und optimistisch scheint also ganz gut zu laufen oder wo habt ihr schwierigkeiten wo begegnet ihr hürden im alltagsgeschäft was sind da die anliegen die von den clubs an dich herangetragen werden dass du sie dann weiter zum beispiel an mich oder an die kollegen in der politik heranträgst also wir haben viele viele baustellen ja da muss man erst mal gucken welches gleich mal als erstes an wahrscheinlich unterschiede oder zwischen den großen traditionsclubs und den kleinen von denen du gerade gesprochen hast diese diese vielfälle aus dem boden schießen die die gibt es ganz klar aber wir haben es für mich immer schwierig dann ein 1 1 rauszugreifen dann zu gucken aber wir das tolle in hamburg ist wir haben ja wirklich diesen dialog auch mit politik und verwaltung das ist schon sehr viel in bewegung gekommen also da gucken uns auch die kollegen aus dem bundesgebiet sehr neidvoll nach hamburg aber das ist doch auch mal eine gute botschaft und das will ich auch immer erst mal vorne vorweg schieben und sagen ich finde keinen gesprächspartner uns geht es nicht gut wir prallen ab etc genau das mutter und das will ich auch erst mal von anfangs vorweg schieben dass wir in hamburg da wirklich geschafft haben dieses dieses feld zu dieses komplizierte wie soll ich das angehen dann haben wir diese wir haben die instrumente wir wissen eigentlich wie es geht die leute mit denen wir sprechen wissen auch über die bedarfe inzwischen sind ja auch politikerinnen politiker im amt die auch mal einen klub von innen gesehen haben ja und dass das hilft das schwingt ein kleiner vorwurf mit aber das war vor meiner zeit das sagen mir meine kollegen von früher das war halt früher auch mal anders gewesen inzwischen hat sich dafür wirklich für uns jetzt auch erst mal viel zum positiven gewendet aber nichts aber wenn dir ein zwei sachen einfallen wo du sagst da kann und muss es noch besser werden gar nicht so sehr im dialog oder im zusammenspiel mit der stadt fährt ihr da was wenn nicht ist auch nicht schlimm die liste ist lang die zeit ist knapp tore ein oder zwei punkte ich würde mir wünschen in hamburg wir haben sehr starkes tendenz zu diesen leuchtturmprojekten dass politik gerade auch immer guckt okay wo kann sie wo ist der rote teppich wo kann ich irgendwie ja meine politik gut darstellen und das was wir abbilden ist eigentlich diese vielfalt damit das ist auch unser unser hauptziel erhalt dieser vielfalt damit wir diese lebendigkeit in der stadt auch beidem abbilden können wie kriegen wir das eigentlich als als den leuchtturm hin okay dass das ist doch ein super punkt dass das der fokus ist den es dann auch mal zu stützen gilt und das fängt dann an bei unserer infrastrukturförderung vielleicht musikspielstätten die ist auf jeden fall noch ausbaufähig wenn ich dann wiederum in anderen bereichen gucken wo fließt in leuchttürme was rein und denke eigentlich sind die clubs zusammengenommen ein leuchtturm und das mal anzuerkennen und zu sehen und dann auch zu würdigen das wäre was wo wir noch nachholbedarf haben sehr gut sag mal gibt es eigentlich aktuell so was wie ein hamburg sound oder was ist für dich der hamburg sound im moment oder ist er so bunt wie die landschaft der ist so bunt und wenn du jetzt was sagt würdest du alle anderen verprellen die sagen wieso wir sind doch der hamburg sound das ist mein großer mein großer der bleibt diplomat große manko dass ich auch nie sagen kann welches mein lieblingsclub ist auch wenn ich über einen abgestimmt habe das verstehe ich gut mir werden auch ständig fragen gestellt zu lieblings kollegen und lieblings teilen im wahlprogramm und lieblings uni und so weiter diplomatisch ich versuche das ja ich versuche das diplomatisch zu sein genau aber du kriegst noch die chance für einen kleinen werbeblock ich habe gehört ihr habt ein klub politiktalk im molotov kannst du dazu ganz kurz was sagen ja sehr gern das ist teil unseres europäischen aktionstages jetzt zum dritten mal stattfinden das ganz toll 115 klubs in 15 ländern eu weit machen am samstag den ersten zweiten ihre klubtüren auf um einen blick hinter die kulissen viele kennen also ja haben das ja gar nicht die möglichkeit mal wie sieht ein klub sage ich am tag aus und das da machen wir mit samstag erster zweiter es gibt erst eine klub safari auf der reeperbahn wir gucken uns fünf klubs an mit einem geführten tour und dann abends 18 uhr geht es dann zum klub politik talk kassen vor drei wochen vor der wahl werden wir mal den parteien abklopfen wie sie denn zu klub politik kommen von den grünen rené göggel sein zu seine teilnahme zugesagt und die anderen parteien entsenden auch ihre vertreter und vertreterinnen und das wird ganz toll super die zeit vergeht hier wie im flugetore und ich will dir noch eine allerletzte frage stellen im moment geht ja berlin als die clubmetropole erstmal stimmt das überhaupt und zweitens warum sollten die leute eigentlich eher nach hamburg kommen wenn sie mal richtiges clubleben erleben wollen jetzt hast du die chance selbstgänger für mich weil hamburg ist die leitung ja weil das wollte ich doch nur hören gemessen auf die einwohnerzahl haben wir wirklich mehr musikspielstätten die gerade noch richtig handgemachte live musik machen natürlich nichts gegen dj's aber hamburg hat da eine unglaubliche vielfalt und die kann man sich jeden tag anschauen und das da hängt berlin hinter uns her wunderbar worauf freust du dich am meisten 2020 in diesem jahr irgendein highlight denn doch vielleicht das highlight hatte ich jetzt gerade letzte woche donnerstag mit unserem club und sonst bin ich jetzt auch erst mal auf die wahl gespannt tatsächlich sind wir alle das sind wir alle und ja dann für das jahr noch weitere highlights bringen schön wir sind gespannt ich danke dir dass du hier warst das war's für heute für den ersten grünen salon ich hoffe es hat euch spaß gemacht und dann freue ich mich darauf euch bald wieder hier gleiche stelle gleiche stelle wieder zu sehen tschüss tschüss und dann